Ja, grüßt euch, wo mich das Fahrtmagazin Business überall hinbringt, das ist alles so schön, das ist meine Fahrt, ja, das ist die Überraschung, schau her, das muss euch, ich fahre da gerade vorbei, stellt euch vor, da waren die Skischanzen in Reischochdau, Reischochdau, das war ja nicht die Art, da waren die Schanzen, da haben, ja, da geht ein Weg hinter, da komme ich dann raus, in den Höring, wenn ich da weiterfahre, und da war der Sprung, darum schaut es rauf, da war der Sprung, da war der Sturm, da war der Sturm und da ist es weggesprungen und da bin ich gelandet, da bin ich, mein weiterer Sprung war 37,5 Meter in Hamadrim bei Encel, aber da bin ich gerade 29, 31 Meter, da habe ich mir so gefürcht, weil ich mir denke, da fällt ein Baum, und da hab ich mir auf dem Baum geschaut, oh, der Springer, ja, muss ich spielen, auch, gell, und macht mir, da hat das Reischochdau, da ist er herbe, ich komme mir gerade von Reischochdau, ja, der Toni, der Toni, der Lok für der Toni, Die hat das alles weggerissen. Der hat das alles weggerissen. Weggeschwarzen habe ich voll Foto. 32 Foto habe ich. Der hat geschwarzen, geschwarzen, geschwarzen. Und der Chef. Der Chef hat, wie weißt du, im Eisenfall ein Ding gefunden. Den besuche ich vielleicht, wenn es ihm gut geht. Aber dem geht es aber nicht so gut. Oben Eisenbahnhardoni war halt der, der das alles weggerissen hat. In der Lastung weg von meinem Bullock. Ah, da bin ich gesprungen. Mei, wann war es denn? Super Musik, gell. Ich will direkt tanzen. Ich habe keine Weiberleute dabei. Gloria. Gloria, du wohnst ja in Reischacht rund. Von dir kommt der Song. Gloria. Eisenberg, Gloria. Ja, gell. Für dich habe ich das eingelegt, die Männerzettel. Gut. Ja, da haben wir gesprungen. Ich habe viele Fotos, viele Zeidungsberichte. Wenn jemand was möchte, wie ich gesprungen bin, bin ich auch gesprungen. Da habe ich gerade gesagt. Da habe ich Fotos. Es waren 500, 600 Leute da. Da war der Sprungturm da dritten rechts. Da haben wir auch gesprungen. Da rechts war der Sprungturm. Und der Weitenmesser, gell. Ja, ich halte das so. Ja, Gloria. Ja, der fährt vom übrigen Business-Marketing. Jetzt muss ich in den Wochenmarkt auf Neuring. Kaffee Pachmeier drüben mit drei Eisenbahnen. Dann muss ich auf Braunau. Das sind meine Enkelkinder. Da muss ich auf zweitrot sein. Ich muss eine Pizza kaufen. Margarita, die sind alleine daheim. Ich bringe sie essen, geh Bier. Ja, Bier. Ganz freundlich. Es ist so wichtig. Man muss immer freundlich sein. Zu vorkommen. Hilfsbereit. Und eine gesunde Menschenverstandung, gell. Dann kommt es nach weit. Mit eurem Forte in eurem langen Leben, gell. Gloria, bitte. Ja, schau her. Jetzt ist es aus. Was ist denn? Heute war ich gerade 23. November 2022. Sprungturm. Eisenfallen. Nein, Eisenfallen nieder. Reisschacht. Jetzt wollte ich die Ortschaft nicht mehr davon. Storhausen auch nicht. Okay. Jetzt wisst ihr es selber. Servus. Und bleibt gesund. Bleibt brav. Habt ein gesunde Menschenverstand. Dann kommt es nach weit, wie ich, in meinem langen Leben. Ich lebe noch 50, ich möchte noch leben. So gesund wie ich jetzt bin. Servus. Arrivederci, panasera, tuta bene. Ja, ich kann. Perfekt. Dann machen wir 30 mit dem Baby, ohne mit den Kinder, Enkelkinder. Es war ein Traum. Servus. Begratet geht. Wir vergratet geht. ��ot. Untertitelung des ZDF, 2020